Hallöchen. Ich dachte, ich fahr von unten ins Bildung von der Seite. Geil. Hört ihr es schon? Welches Spiel? Alter, wie heißt es? Stoneball? Oh, guck dir das von kurz an. Das ist geil, oder? Richtige Animationen. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Das ist krass für eine Konsole. Also für einen Spielautomaten, meine ich. Das ist wahr, ja. Okay, wir haben... Oh, sogar Dinosaurier. Okay, ich bin total in diesem Spiel. Ich glaube, es ist wirklich so eine Art prähistorisches Fußball. Ich hoffe es, ich hoffe es. Komm, lass uns einfach anfangen. Hoffen wir. Komm Simon. Zwei Spieler. Steinball. Du musst dich leider... Guck mal, nur mal... Nein, nein, nein. Nur damit du mal ein Gefühl kriegst, wie du normalerweise stehst. So? Ja. Nein, du musst eigentlich nur raus. Okay. So, pass auf. Guck mal, wo du kannst hier... So kannst du rein. Nee, nee, mit dem... Spiel mir so. Okay. Aber dann sieht man dein Gesicht nicht. Wie man es macht, macht man es falsch. So. Select your team. Select your team. Wie ist das ein Joystick? Wie ist das ein Joystick? Wollen wir zusammen oder ne? Gegeneinander, oder? Ja, ey, ja. Machen wir gegeneinander. So. Kann eh keiner von uns. Alter, was mag das nur sein? Äh, welches Dorf? Achso, geil. Oh Gott, ey. Hier, die wilden Löcher. Die wilden Löcher. Ich nehme die kalten Bären. Die wilden Löcher von Paris. Dann nehme ich die Big Trees. Komm, krauen wir die Borke. Alles Zweideutigkeit. So. Shoot, push, pass. Ey, das wird super. Ich sag's. Ich sag mir jetzt... Entschuldigung. Ich korrigier dich einfach. Ja, ja, ja. Sag mir einfach. Okay. Okay. Was ist... Alter, das ist aber... Alter, das sieht aber richtig geil aus. Ich bin ja richtig beeindruckt. Was ist das? Weg da! Wo ist der Ball? Okay, wir raffen sich, aber wir hauen uns einfach gegen dich. Ah, tot. Ey, hier. Da, da, da. Mach doch. Will ich das? Mach doch. Du bist das. Ja! Ich hab das erste Goal gemacht, Mann. Und keiner weiß wie. Ey, das heißt, ich darf die ganzen Höhenschlampe gleich durchnageln. Cool. Das gefällt mir sehr gut hier. Also ist das ein bisschen wie Tennis? Komm, komm, komm. Nein! Was war das? Oh, hab ich den Ball? Hab ich den Ball? Ich hab den Ball nicht. Ich hab den Ball nicht. Ich hab ihn. Hab ich ihn? Ja. Komm, komm, mach doch was! Mach doch irgendwas! Wie kann man denn abgeben? Ah! Wo bin ich? Was? Was? Achso. Hier! Komm rein! Geh doch rein! Nimm den Ball ab! Ey, sag mal, hallo. Ey, rein mit dem Scheißding! So, nimm ihm den Ball ab jetzt. Nein, nein. Ah, komm, wie schnell er laufen kann. Alles klar. Wie kann man passen? Ich weiß es nicht. Ah! Nein! Verdammt nochmal! Ach komm! Ey, was ist das für ein Hase auf dem Spielfeld? Hast du ihn gesehen? Okay. Oh, Power hab ich mir genommen. Nein, hör auf! Hilfe! Okay, passen! Komm schon, komm schon! Wie kann man denn den Spieler wechseln? Jawoll, 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 jawoll! Nein, jetzt komm doch mal! Mach doch was! Ja! Ganz klar! Da kommen sie aus der Hölle raus! Cool! Du wiegst ja nur 140 Kilo! Scheiße, ey! Okay, nix da! Passen! Passen! Nein, wo ist der Ball? Lauf doch schneller! Boah, dieser Hase mit Boxhandschuhen! Direkt vorgelaufen! Ganz schlecht, ganz schlecht! Kann man hier nicht irgendwelche krassen Killer-Moves machen, wie bei Mario Soccer oder so? Irgendwie hab ich mir auch geerwartet. Geil! Die waren ziemlich fair, die Steinzeit-Menschen da. Ja, total, ne? Ich bin fast ein bisschen schockiert, wie langweilig... Hä? Hör auf! Hör auf mit der Keule! Nein, ich klopke dich tot! Nein, komm her! Schieß, schieß! Nein, geh weg! Nimm ihn noch! Nimm doch den Ball, du fettes Schwein! Hör auf! Hör auf! Ah, du bist Dizzy! Nein, ich bin's! Ja, okay! Oh, bin ich tot? Hast du mich getötet? Ist es soweit? Komm! Nein! Hilfe! Bam! Bam! Nein! Verdammt nochmal! Das war echt spannend gerade! Ah, shit! Hier, mit dem Hasen kannst du irgendwas machen! Ja, bestimmt! Du, ich konnte nebenhauen, als ich da war, aber ich hab's nicht gemacht! Nein! Geh doch! Oh, wie schlecht! Wo ist denn? Wo ist denn? Hier! Komm! Ah! Nein! Ich will! Ich will! Nein, lass mich! Nein! 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 Bleibst du stehen? Ja! Jetzt hab ich dich wieder umgehauen! Ist doch egal! Wir sind beide kaputt! Was macht denn dieser... Der Hase irritiert mich zu sehr! Okay! Ich will den... Oh, der Hase hat Speed oder so! Oder gibt dir Speed! Ey, brauchst du ein bisschen Speed! Also, er wirkt zumindest so, ja! Ey, nein! Schieß! Nein, nein! Ah, schön daneben! Ach, scheiße! Verdammt! Verloren, ja! Zwei, drei verloren! Ach, Mann! Aber eigentlich... Ja, der eine lässt dem anderen jetzt hier den Rücken platzen! Ich kann nicht behaupten, dass es ein gutes Spiel wäre, aber... Naja, also für zwei Minuten macht's schon Spaß! Einfach, weil's so doof ist! Mach ich schon ein bisschen... Ich bin auch irritiert, dass diese Animationen sind hübsch! Ja! Nie von gehört von dem Spiel! Und die Idee ist eigentlich gar nicht mal so schlecht! Also, da sieht man mal, wo Mario Soccer seine Ideen her hatte, von wegen... Oh, machen wir mal so'n Fun-Fußball! Nee! Gab's schon fast 20 Jahre hier! Stoneball! Ja! Stoneball! Und dich werd ich jetzt Stonewallen, weil du mich besiegt hast! Verstehst du? Hier! So! Dich! Mit ihm möchte ich nichts mehr zu tun haben! Achso! Ja, cool! Guck mal, wie war Asterix! Ja! Gefällt mir! Stoneball! Ich freu mich auf das HD-Remake! 400 Millionen Produktionskosten! Ich glaub, Mark Reign selbst! Es regnet Vogelscheiße! Ey komm, das ist doch... Das ist ein sehr schönes Spiel! Eigentlich ist die Idee schon sehr sympathisch! Ich bin fasziniert, wie das so... Wie die Perspektive gelöst ist, weißt du? Weil das ja auch... Jetzt geht's wieder hoch! Ist es 3D? Nee, gell? Ist es nur so Scrolling so'n bisschen? Ja, genau! So verschieben! Genau! Mit Parallax wird's so getan, als wär's quasi 3D so durch Ebenenverschiebungen und so! Man lernt nie aus! Guck mal, aber auch der Stil von den Figuren! Das ist so sehr schön comichaft! Und gar nicht so rücklich wie viele andere Spiele! Okay, vielleicht demnächst in einem Beef Ihrer Wahl! Stoneball! Nee, wirklich schön! Danke auch dafür! Und euch nur einen schönen Tag! Das ging jetzt länger als fünf Minuten, ne? Nein, zwei waren es ungefähr! Ach komm! Egal! Adieu! Adieu!